Wir machen immer so eine Schweigeminute und ich möchte euch jetzt gerne dazu einladen, dass wir mal eine Minute unsere Gedanken an Menschen schicken, denen es nicht ganz so gut geht, wie es uns hier heute geht. Richtet einfach ein positives Bild, wie ihr den Frieden sehen möchtet und schickt einfach eure positive Gedanken an diese Menschen, die einfach diese Energie, diese Gedanken gebrauchen können. Eine Minute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.